Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video, diesmal Filme und Serien. Ein bisschen anders als ihr gewöhnt seid. Also ich werde aus dem normalen Format Filme und Serien ausnahmsweise jetzt mal drei Videos machen. Das habe ich ja in, ich habe schon ein Video gemacht zu einer DVD, weil das war mir wichtig. Und das wollte ich einzeln nochmal halt machen. Und als Auftakt für die Serie jetzt, weil es einfach zu viel geworden ist. Weil ich habe das letzte Mal im November gemacht, oder Oktober, und dann durch den ganzen Stress und Geburt und alles ging hier ein bisschen unter. Da konnte ich teilweise mal mehr, mal weniger gucken. Und deswegen ist es jetzt ein bisschen, war zusammengekommen, deswegen mache ich daraus drei Videos. Im ersten jetzt nehmen wir uns jetzt Blu-rays, DVDs und TV vor. TV ist nicht so viel. Also die Kategorie ist eigentlich, also das ist jetzt eigentlich das kürzeste Video von einem. Dann machen wir einmal Netflix und einmal Amazon. Wie gesagt, Amazon Filme und Serien, Netflix Filme und Serien. Welche ich davon zuerst jetzt gleich machen werde, weiß ich nicht. So, Links findet ihr natürlich wieder in der Videobeschreibung auch die komplette Liste der DVDs, beziehungsweise Blu-rays. Fangen wir an mit Assassination Nation. Da habe ich ein separates Video zu gemacht. Ist ein geiler Film, den ich so nicht auf dem Schirm hatte, den ich euch empfehlen kann. Ich werde mal den Link in die Videobeschreibung hauen. Ne, Quatsch, hier ist die Videobeschreibung. Ne, hier. Hier ist die Videobeschreibung oben in der Ecke, glaube ich. Ich weiß es nicht. Irgendwo hier ist die Videobeschreibung. Quatsch, die Videobeschreibung ist unten. Infokarte. Da haue ich euch das mal rein und ich haue auch in die Videobeschreibung hinter dem Namen Assassination Nation, haue ich euch auch den Link zum separaten Video. Da erzähle ich ein bisschen mehr darüber. Unten runter habt ihr dann noch den Prime Link, also Amazon Prime und DVD und Blu-ray Link. Dann habe ich mir geholt, ihr habt und ihr guckt am Stück. Also in einer Nacht abends, ja, am Stück, sah frühs Uhr aus, wie falsch steht. Matrix 1 bis 3. Die Trilogie gibt es aber momentan nicht bei Amazon zu kaufen. Ich habe euch den Link trotzdem mal reingemacht, weil ich denke mal, der wird nachkommen. Also die Trilogie. Ich habe euch aber auch noch alle drei Filme einzeln reingemacht. Ich habe mir die 4K HDR Version geholt. An sich geil, die Filme sind cool. Ich liebe Keanu Reeves und ich werde auch John Wick 3, wenn ich mir drin drehe und mir auch auf Blu-ray holen. Aber, Matrix kennt ja eigentlich jeder, da will ich jetzt nicht so viel spoilern. Absolut coole Reihe. Ich warte schon Ewigkeiten auf Matrix 4. Was sie mal angeteasert haben und es soll und dann kam es doch nicht. Das würde mich freuen, wenn da doch nochmal vielleicht ein Matrix 4 kommen würde. Aber, man kann gut gucken. Bild ist hammergeil. Der Ton, also weiß ich nicht, der deutsche Ton wirkt an manchen Stellen etwas flach. Ich habe dann die Soundbar ein bisschen eingestellt und so und dann ging es relativ, aber es war trotzdem ein bisschen komisch, der Ton. Ist meine Meinung. So, dann kommen wir zu TV. Ich fange gleich mal mit dem aktuellsten an. Game of Thrones, Staffel 8. Da habe ich euch den Amazon Link drin gemacht, weil viele wissen es nicht, viele haben auch keinen Sky. Game of Thrones gibt es bei Amazon. Die aktuelle Staffel, also 8. Also sind schon 3 Folgen da und 3 kommen noch. Insgesamt besteht die 8. Staffel aus 6 Folgen. Da könnt ihr, ich weiß gar nicht, einen Tag nachdem es auch Sky ausgestrahlt wurde, könnt ihr das bei Amazon, glaube ich, gucken. Ihr könnt entweder jede Folge einzeln kaufen für 2,99 oder für 9,99 die komplette Staffel. Auch alle anderen Staffeln von Game of Thrones sind drin. Von 1 an. Also da, für die Leute, die es noch nicht geguckt haben. Absolut empfehlenswert. Da werde ich jetzt nichts zu spoilern. Auch nicht zur aktuellen, also zur dritten Folge, zum Ende. Das hatten wir ja schon im Hangout ein bisschen gemacht. Aber ich möchte für die Leute, die es noch nicht geguckt haben, halt nicht spoilern. Und sagen, das war, also... Das Ende teilweise, habt ihr recht. Das war doof. Aber auf eine Art finde ich es auch cool. Weil damit hat keiner gerechnet. Aber okay. So. Mehr will ich dazu auch nicht spoilern. Dann habe ich geguckt, Dr. Wu, Staffel 11. Diesmal ein weiblicher Doktor. Am Anfang dachte ich, ein weiblicher Doktor? Ob das passt? Mit seiner quirligen Art und so. Und bei der letzten Staffel schon, wo sie den Doktor von 1900 mit bei hatten, der da wirklich sehr sexistisch war. Aber so war es damals halt. Wurde uns da wirklich erschreckend detailliert vor Augen geführt, wie sexistisch die damals waren. Da hast du keine Putze, die geputzt und sowas alle. Und da dachte ich, jetzt ein weiblicher Doktor, jetzt wagen sie sich aber weit raus. Dachte aber, gibst du eine Chance. Und an sich ist es auch gar nicht mal so schlecht. Aber irgendwie fehlt ihr der Flair des Doktors. Sie ist quirlig und quatscht mit sich selber und verbessert dann so wie was vom Doktor kennen. Aber irgendwie, teilweise ist es ein bisschen zu friemelig und zu hektisch und so. Ich weiß nicht. Also ich will nicht sagen, dass es schlecht ist. Es ist, die elfte Staffel ist schon gut. Einige Folgen, äh, mehr, einige weniger. Aber mit dem weiblichen Doktor, ich weiß nicht. Mal gucken, wie die nächste Staffel wird. Ob da jetzt ein neuer Doktor kommt oder ob die jetzt erstmal eine Weile bleibt. Ich warte ja immer noch den mit dem Face, der Dürre lange vor dem alten, also vor dem letzten. Den fand ich gut. Da habe ich schon gedacht, dass der wiederkommt und gehofft. Und dann ist der alte aber geblieben und dann habe ich mich an den alten gewöhnt. Der war eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Mal gucken, wie bei der nächsten Staffel ist. Aber irgendwie fehlt ihr was. Vielleicht geben sie ihr noch eine, irgendwie, äh, nochmal eine Schulung. Oder die soll sich mal die alten Serien angucken. Oder wie sind die letzten, äh, vier, fünf Staffeln. Und dann vielleicht, äh, kommt sie denn ins Feeling des Doktors rin. Aber, also es lohnt sich zu gucken. Es macht Spaß. Aber teilweise fehlt das Feeling vom Doktor, was wir vom Doktor kennen. So. Äh, The Walking Dead, Staffel neun. Ja. Was sage ich da auch nicht zu spoilern. Ja, The Walking Dead ist sehr überraschend, muss ich sagen. Ähm, da kommen noch neue Gegner und, äh, mit dem König und so. Ist echt cool gemacht alles. Und Niden ist mir echt über die Staffel hin immer mehr sympathisch geworden. Äh, wo schon einige gesagt haben, oh Gott, da hatten wir ja schon im Hangout mal mit drüber gequatscht und so. Äh, und zum Ende hin dachte ich echt, Mensch, der hat die Kurve gekriegt. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Weil, wie wir es von Walking Dead kennen, die letzte Folge lässt uns wieder voll in der Luft hängen und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Äh, das machen sie ja immer so. Also, auf jeden Fall sehenswert, äh, holt, es hat diesmal mehr Action und so und holt ein bisschen das raus, was mir bei Staffel 8 so ein bisschen gefehlt hat. Äh, so. Dann, äh, hab ich eine neue Serie von No Sky, aber eigentlich ohne durch Zufall, weil ich in der Mediathek Doctor, also Doctor Who gucken wollte. Ähm, und da war das daneben. Und da dachte ich, na, der Name klingt ja gut und das Bild sah ja so ein bisschen düster aus und so. Und da habe ich gedacht, guckst du mal rin. Ist jetzt schon bei Staffel 2. Äh, Midnight Texas. Ja, es geht um eine Stadt, äh, Midnight in Texas und da reist irgendwie der Schleier zur Dämonenwelt irgendwie so. Staffel 2 ist wieder, uh, bisschen was anders. Äh, und da sind halt, äh, ja, ein Vampir, äh, ach, den kann ich nicht verraten, was der ist. Und der andere auch nicht. Dann sind dann noch andere, äh, ein Wehrtiger und, und dann kommt halt der hin, der halt mit Toten sprechen kann und der Tote sieht und so. Äh, äh, wie ist er? Manfred. Manfred. Ähm, absolut cool gemacht. Ähm, ist teilweise ein bisschen kitschig. Also ist eher so für die Frauen, denke ich mal, gemacht und mit dem Rumknutschen und, oh, und alles. Äh, äh, aber es ist auch Action mit bei und Gewalt. Und ist gar nicht mal so schlecht, muss ich jetzt mal so sagen. Ist gar nicht mal so schlecht. Also ich kann, wenn ihr geguckt habt, berichtet mir mal, was ihr davon haltet. Ähm, ich guck's mir, also ich guck's mir jetzt nicht immer so wie Game of Thrones, wo ich so, ja, wach bleibe bis früh um drei Uhr, um die aktuelle Folge zu gucken. Ne, ich guck dann, wünsch'n im Mediathek, also kommt immer, äh, Donnerstag kommt die, äh, kam nach, äh, nach, nach, nach Doktor Wu. Und jetzt, ja, guck ich's dann halt, äh, weiter früh, Wochenende, oder guck, ähm, ich hab auch schon immer zwei Folgen hintereinander geguckt, weil ich's, ja, nicht gleich guckt, ihr guckt habe. Also ist jetzt nicht so eine Folge, wo ich sage, oh, ich muss jetzt unbedingt wissen, was passiert, aber es macht Spaß, die zu gucken. Okay, so, das soll's jetzt für DVDs, Blu-rays, TV gewesen sein. Wenn's euch gefallen hat, A-Däumchen, A-Däumchen, wenn ihr natürlich noch Serien und Filme habt für mich, einfach mal in die Kommentare posten. Achso, eine eine Serie hab ich vergessen, die hab ich auf Amazon geguckt, die hab ich bei Amazon gar nicht drin, äh, da hatte ich mal so ein Test-Abo gemacht, 30 Tage von, von so einem Channel, aber das kommt mal später, fällt mir nämlich gerade ein, äh, Outsiders, da kommt dann bei Amazon dran, hab ich ganz vergessen, ist ja nicht Sky, ist ja Amazon. So, äh, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen, ein Däumchen, wenn ihr da noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin haut da rein, Ahoi, sagt euer Odin. 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 Odin.